Ich glaube, wir hätten hier später hingemusst. Interessant, ich lese es jetzt nicht vor, ihr lasst es jetzt so einen guten Abstand für euch laufen. Kann man es eigentlich lesen. Ich tippe mal hochinteressant drauf, dass wir hier irgendwann hin müssen. Oder wir jetzt vorab hingegangen sind, aber weil ich jetzt alles abfliegen möchte. Wo ich noch nicht hingekommen wäre, oder so, dann ist das schon eigentlich ganz okay. Ich würde gerne die Monster-Sarene ausprobieren. Und ich glaube, die kostet so viel. Ah, der okay hat auch einen Verzweiflungsschlag, der auch noch daneben geht. Danke. Blöde Ranken. Macht ihn kalt. Dankeschön. Okay. Nächste Runde. Benützen. Das finde ich auch geil. Jetzt ist es, guck mal, der einzige rote Baum, der da ist. Jetzt kann ich hier oben drauf landen. Hallo. Hallöchen. Na? Wir sind perfekt gelandet für eine geile Aussicht. Ist das eine heilige Quelle? Keine heilige Quelle, wo ich wieder nicht raussaufen kann. Frechheit. Frechheit. Ich kann mal schneller laufen. Ich habe auch immer... Ihr wisst ja, das Spiel hat ein bisschen so FPS-Frame ein Drops. Drops, Drops. Dafür kann ich aber leider nichts machen. Komm, Spiel. Führ uns durch das Tor. Ihr dürft ihn nicht durch. Bildschirm schwarz. Ach, guck mal. Oh, das ist ja. Ich verstehe. Ich will sehen, dass die Template auf deine Heilung ist. Aber die Räume sind nicht mehr, Marge. Ich höre deinen Namen über die Whisperer, und ich schaue... Sie haben es sehr schrecklich gesagt, dass die Talente immer die Victime sein sollte. Abbot Francisco ist sehr gut für mich. Mein Mann, ich verabschiede dich als Master von meinem Gott. Wenn du von deinen Eltern verabschiedest bist, das wenig, was ich für ihn kann, ist, dass du einen nahen Augenblick auf dich. Marcello, kannst du dich nicht mit sich verabschieden? Aber ich bin nicht so ungewiss, nicht so, dass du dich mit sich verabschiedest bist. Ich bin nicht so ungewiss, Ich bin nicht einfach mein Mann. Nun, ich kann mich nicht mehr überraschen, aber ich bin nicht mehr. Ich will dennoch rein. Ich kann mich nicht mehr überraschen, ich bin nicht mehr überrascht, Und sonst lasse ich mich einfach mit dem Vogel da reinfallen. Wir werden da definitiv drin landen müssen. Lass mich da rein. Ich komme hier rein, schaue mich erst um, beklaue dann den heiligen Mann. Ich wollte gerade sagen, da ist ein Schatzgäste drin. Einfach eine blöde Blume. Schaue mich um, beklaue dich dann. Ne, da gehe ich nicht runter, da ist bestimmt dieses alte Ding, wo man runterfangen kann. Ich komme zu dir und beklaue dich dann. Na, Männer, ihr könnt mich nicht aufhalten, ihr könnt mich nicht aufhalten. So, jetzt werde ich an... Wer bist du denn? Holo, alter, bist du... bist rollig höchstens. Guck dich an, Mensch. Oh, Beutel, wo ich reingraben kann. Grab, 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 grab. Die haben wieder nichts hier. Oder irgendwelche Geldspenden, die ich wieder beklauen kann. Ach, Mann, da ist wirklich nichts. Verarsch mich doch. Ist da noch eine Tür? Ja, ich kann noch mehr grabben. Hallo? Ihr müsst immer aufgeräumt werden, my lady. Hier sind ein paar Vasen umgefallen. Äh, Hupsala, ist mir runtergefallen. Tut mir aber leid. Hier ist ein Bett, wo ich gleich reinpupse. Wer mich mal beteckt an hier. Hupen des Weisenden. Geh, 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 geh. Transfer kann nur... Ne. Mal schauen hier. Ähm... Die... Den von ausgerechnet haben 25 sinkt. Okay. Transfer. Zack. Transfer. Ausrüsten. Ähm... Transfer. Oh, tut mir leid. Nicht. Eure Hoheit. Weh. Verarsch mich jetzt, oder? Ich wollte gerade sagen. Es wäre nicht möglich, dass der einfach so verschwindet. Moment. Moment, der hat irgendwas in der Hand. Und wieder das Spiel, wie der nicht aufnehmen kann. Verlüm auch immer. Eure Hoheit. Ich komme. Ja, ein komischer alter Kack-Zepter. Bevor ich dich anquatsche, gehe ich erstmal dich beklauen. Vor deinen Augen. Ja, hauptsache so ein fettes Ledersessel. Haben die hier keine WCs oder so? Na, da pennt der bestimmt drinne. Und auf dem anderen Ledersessel. Ja, was der da macht, das, äh... Sag ich jetzt nicht. Jetzt red doch mit mir. Alter. Weiß ich, ich mache mir schon die Mühe. Komm zu dir jetzt. Alter. Was machen die so ein Gepappel mit mir? Dann quatschen die mit mir, dann gehe ich die... Draußen abbeklauen jetzt. Du hast hier noch nicht meine Truhe. Ich hau ab. Ach, schäm dich, alter Mann. Dann tschüss. Wusch. 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 Finde das geil. Können wir nur noch hinreisen. Irgendwann irgendwann zurückgeportet, wenn ich hier so lang fliege. Wir sind unten. Tja, warum? Weil, um nicht. Weiter schon mal. Aber ich defektiv schon mal drauf. Naja, da habe ich schon angelegt. Naja. D, 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 D. Warte, jetzt schauen wir mal, wo gerade... Das müsste die Insel sein mit... Ist das die Minimidalleninsel? Ja, das ist sie. Ist da ja der Lung. Na, vorne ans Schloss landen. Rufen wir mal. Jawohl. Das ist viel präziser als mit dem Teleport. Er fliegt mal rund, das macht viel mehr Spaß, das den Teleport zu nutzen. Hallo. Ja. Ich habe wieder welche für euch. Ein Goldklump. Da bekommen wir ihn doch wieder. Mit der Hormschiene. Ein Wunderschwert, okay. Universalschlüssel. Ach, da habe ich schon gegrappt. Okay. Haben wir eigentlich irgendwas im Kessel? Zeit nicht. Dann... Goldklumpen. Den hatten wir doch für... Goldklumpen, Goldklumpen, Goldklumpen. Denkkappe, Silbertirin. Okay. Schauen wir mal, ob wir das alles haben. Den Goldklumpen habe ich. Jetzt brauchen wir noch eine Denkkappe und so ein Silber. Hier gehen das ein bisschen... Da haben wir es, okay. Ein H-Band, eine Denkkappe. Können wir die herstellen? Ne. Doch, geleerten Kappe und Eisenkopf. Okay, habe ich auch nicht. Bech. Tschüss.